hallo schön dass ihr da seid wir sind bei der rückstandsverarbeitung angekommen und machen auch direkt weiter los geht's ja ich bin aus dieser müllpresse entkommen und bin hier mitten im nirgendwo anscheinend gottes willen auch jetzt muss ich die auch noch verprügeln ja komm springen so eine waffe für mich du bist ein wissenschaftler da oben passieren dinge gibt es hier im wasser vielleicht was für mich do not close outlet without closing intake oh ups ach diese teuerung es war so klar es war so klar ja ja zwei sind mir jetzt sowas von wurscht nach oben ich denke mal dass ich hier lang muss zum glück haben sie mir meine taschenlampe gelassen retten wir ihn ok er hat sich selber gerettet nicht weglaufen nein das wollte ich nicht egal ja 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 nee muss ich jetzt jetzt da gibt es eine leite ok ich wollte gerade sagen muss ich jetzt zurück ich vermute mal dass ich hier lang muss super steuerung da unten gibt es heilung die will ich schon mitnehmen was ist hier ok wow ich hätte gar nicht da lang müssen aber ich denke da muss ich lang wir fliegen schon wieder körperteile durch die gegend bisschen munition und zeug immer noch keine waffe dabei wiii und ähm ähm da ist wasser ok meine güte überall körperteile ich habe keine ahnung ob ich hier richtig oder falsch bin so ein mist da will ich aber rein ist zu hm ich 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 Conveyor Control Jetzt gehen sie alle nach vorne Macht mir das irgendein Alle rückwärts Ich weiß nicht Nee Ich weiß wirklich nicht Yes Okay Okay Nee Nee Ah nein, 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 oh Gott, oh Gott, no! Oh no! War ich hier irgendwie richtig? Ich habe keine Ahnung. Ne, hier komme ich wieder dahin. Ich habe mal, ich habe den Weg vergessen. Beim ersten Mal super gefunden, aber... Ich glaube, ich bin hier lang, ne? Ja. So, hm. Muss ich jetzt den richtigen Moment finden, um das zu stoppen? Ja. Okay. Was geht hier noch so? Gibt es hier irgendwas? Ne. Ne. Ne, 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 ne Nee. Aua. Die Geräusche sind schon wieder absolut wild hier. Ich weiß nicht, wo ich lang muss. Ich weiß nicht, wo ich lang muss. Jo, Rune gefallen sind wir. Okay. Äh, Moment. Wenn ich schon mal hier unten bin, kann ich auch kurz nach da hinten schauen. Hier noch irgendwas geht. Ey. Ey. Ach Mann, ey. Dass man hier dann auch nichts trifft. Du lebst noch. Stairs nach rechts. Was ist hier? Nix. Stairs. Oh Gott. Hm. Dieses Spiel. Bisschen mehr Tempo zulegen hier. Aua. Nee, jetzt bin ich wieder da, wo ich am Anfang war. Oder? Nee. Ich hab keine Ahnung. Ah, und nochmal durch den Ofen. Ja, perfekt. Also da nicht. Da nicht lang. Oh nein. Und so gut wie tot. Boah, ey. Was die hier für... Was das für Level sind. Gut, also wir sterben jetzt an Hitze. Ziemlich sicher. Weil ich muss da ja durch. Oder? Gibt's irgendwie eine Möglichkeit, dass ich nicht durch den Hitzeofen muss? Ja, vielleicht hier drüber. Dass ich hier hochkomme? Nee, da ist ja der Hitzeofen. Ja, dann... Geh ich lieber ganz drauf und mach's nochmal von vorne. Wow. Ach, die Steirung macht mich so kirre. Einfach nochmal sterben hier. Die Position war besser. So, jetzt ist die Frage. Welches von diesen beiden Bändern... Wir gehen mal in die Richtung. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Nee, jetzt bin ich ja wieder da. Dann mal... In die Richtung. Oh ja, das sieht gut aus. Oh shit. Wie ist klar. Mal kurz... Kurz verschnaufen und mal kurz gucken. Okay, also... Darüber. Und darüber. Und... Jawoll. Runterfallen. Nice. Ah, hier kann man die Tür von der anderen Seite öffnen. Witzig. Nein. Okay. Wupp. Und wupp. Und ducken. Jawoll. Jawoll. Oh Gott. Muss ich da durch? Ja, sieht fast so aus. Oh je, oh je. Huah. Huah. Danke fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Ha. 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 Vielen Dank.